Hallo liebe Gamerinnen und Gamer und willkommen zurück zu einer weiteren Folge mit Lee gefangen in einer Drogerie und wir spielen The Walking Dead. Ja und in der letzten Folge haben wir die zweite Batterie für dieses Radio gefunden und gesehen was draußen für eine Scheiße passiert, dass die ganzen Untoten um den Laden herum laufen und wir haben ja wir haben jemanden getroffen in einer Drogerie und die Form wo ich mir ziemlich sicher bin, dass er Lies Bruder ist und ja was wir jetzt erstmal machen ist, vor uns schweben Batterien rum, schweben vor uns Batterien rum, Buggy, verrückt, da seht ihr das, hui, hui, fliegende Batterien, naja, was wir jetzt erstmal machen ist, wir gucken uns erstmal nochmal das Radio an und irgendwie typisch Frau, kommt nicht mit Technik klar, hatte die Batterien falsch eingesetzt, hier sehen wir es nochmal, jetzt sind sie beide richtig rum und das ist ja gut so und jetzt müsste das Ding eigentlich funktionieren, Antenne ist auch draußen, dann drücken wir mal Power Wow You fixed it! As the unknown selection continues to spread unchecked, the estimated death toll continues to skyrocket. W.A.B.E. urges you to stay indoors and avoid any contact with individuals you suspect may have been exposed. The station is okay! In the event of a full, uh, uh, my, my producer is telling me we have to get off the air. Steve! Hm. Da haben wir wohl gerade das Ende noch mitgekriegt, ne? Hey Conning. Achso, hab ich gar nicht gesehen. Ich dachte wir gucken uns jetzt hier ausgiebig an. Ah, vielleicht muss ich erstmal trauern, dass sie wohl gut ist. Ich bin gut, danke. Jetzt redet sie natürlich auch erstmal nicht mit mir, aber ich kann ihr einen Schokoriegel geben, bzw. einen Müsli-Riegel. Hier, ich habe ein bisschen was zu essen gefunden. Oh, äh, danke. Du bist willkommen. Bist du sicher, dass deine Frau es nicht braucht? Sie ist gut. Ich habe versucht, dass sie fit und watered zu halten. Du bist ein guter Schokoriegel. Danke. Ja, das halten wir gerne. Das ist gut fürs Ego. So. Was ich jetzt... Achso, das ist hier wieder. Da ist die Zeitung. Ähm, was ich natürlich vorhatte. Ich wollte ins Büro. Wir sind in der Drogerie. Ach, hier. Diese Apotheke meinte sie wahrscheinlich. Gut. Dann gehe ich mal ins Büro und gucken, ob ich da reinkomme. Das ist ja schließlich der Laden meiner Eltern. Überleben da in Zeit. Naja, das war wohl nicht ganz so. Okay Junge, pass bloß auf. Wenn du irgendwo reingehst. Oh, Clementine kommt auch mit. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht über sie denken in hier. Das ist schwierig. Jetzt mal das Bild angucken. Das sind wir. Unsere ganze Familie. Und unseren Bruder haben wir ja gesehen. Wo kommst du denn her? Okay. Oh, scheiße. Let me have a look. I don't know about that. I know who you are. Uh oh. You're Lee Everett. You're a professor at Athens who killed a state senator who is sleeping with your wife. This is your parents store. Folks around town know the owner's son got himself alive sentence. But I'm a reporter for WABE in Atlanta. I paid attention to that trial. Maybe you're a murderer. But I don't really care. Frankly, that's a skill that might come in handy. Hm. Did you tell anyone out there who you were? Or that you were tied to this place? The world is ending out there. Who cares who I am? If you don't think people will find any reason to turn on you, especially when the shit hits the fan, you're insane. Whatever. You seem like an okay guy. And the last thing we need is drama out there. You've got this little girl to take care of and... Look, don't make me wrong on this. I don't plan to. Good. Because if this lasts longer than a few days, and you're a detriment to the group, then we'd have a problem. I hear you. I'll just keep it to myself. How can I trust you? You can't. I suppose. But you don't have many other options. Wohl wahr, wohl wahr. Sie kennt mich. Und jetzt wissen wir auch, was mit mir passiert ist. Und wir haben, glaube ich, aus Beweisgründen einfach dieses Foto vernichtet. Und jetzt weiß nur sie davon und eigentlich, dass meine Eltern der Laden gehört wissen eigentlich nur Kenny und seine Familie. Also ich hab wirklich was zu vertuschen. Oh, mein Ersthilfekasten. Was haben wir denn hier? Kriegen wir den auf? Stimmt. Guck mal her. Keine Tabletten. Nichts brauchbares. Schade, schade. Gucken wir mal in die Hintergasse. Aber da käme mir eine Idee. Wenn ich die ablenken könnte, könnte ich zu dem Bruder? Mache ich das mal? Komm, mal auf Platz. Hoppala. Was ist das? Ein Hammer? Ein Stock. Was ist das? Die Hausordnung meines Vaters. Das war mein Vater. Er zippte hier von Zeit nach Zeit. War er krank? Nein, er war okay. Ich sah ihn eigentlich mit den Schraubliftern mit ihm. Und das ist das. Das ist das. 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 Die Mapche, P call, haben wir einen Stock unseres Vaters gefunden. Jetzt müssen wir erstmal den Tisch hier, glaube ich, zur Seite schieben. Die ist schon süß, die kleine. So. Zusammen. Eins. Zwei. Drei. Einfach mal mit ihr sprechen. Hm. 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 Smalltalk beim Tisch schieben, das ist ja, also habe ich so auch noch nicht gehabt. Ähm. Hm. I hope not. It's just complicated, that's all. Why? It just is. But you love them, right? Yeah, of course. Look, my family's gone and I just wish things would have been different. Yeah. Hm. I am. Ich bin... Ich bin in eine Runde. Und was ist passiert? Und es endet wirklich schlecht. Und nachdem bin ich nicht bereit zu sprechen mit meiner Familie. Das ist so schade. Lass uns das Ding verändern. Wer will das denn? Nein. Du bist okay? Ich verletze meine Finger. Guck mal, wir haben da deinen Erste-Hilfe-Kasten. Den können wir doch gleich mal benutzen. Ich finde dir einen Bandage. Guck mal hier. Erste-Hilfe-Kasten. Da ist bestimmt ein Pflaster für die gute Clementine drin. Perfekt. Wie geht's da oben? Okay, es tut immer noch. Dann verbinden wir dich mal. Komm. Süß die beiden. Okay, ein Pflasterchen drauf. So. Alles wieder gut. Lee? Ja? Was, wenn meine Eltern nach Hause kommen und ich nicht da bin? Ähm. Ja, doch. Ich denke schon, dass sie uns finden werden, ne? Lee? Ja. Ja. Aber wir sollten einen Schubladen halten. Ich habe meine Walkie-Talkie, falls sie so versuchen. Bleib bei mir bis dahin, okay? Besser ist besser. So. Mal gucken, was wir in der Schublade haben. Oh, eine Fernbedienung. Ich hab einfach mal einen Sachen. Wo oben ist die Fernbedienung? Gucken wir mal, ob wir Empfang kriegen. Schwarz. It's black. Black and beautiful. So, dann gucken wir mal ob wir da reinkommen in die Apotheke. Okay, aufmachen. Unser Bruder. So, Clementine. Reden wir mal ein bisschen miteinander. Auf alle Fälle. Na ja, eigentlich. Na ja, eigentlich habe ich ihn ja nicht fertig gemacht. Eigentlich, na ja, ist ja auch egal. Die ist schon niedlich. Die kleine Clementine ist schon sehr niedlich. So, jetzt müssen wir einen Weg finden, um irgendwie zu dem Zombie zu kommen. An welchen Weg genau, weiß ich gerade auch nicht. So hinter dir komme ich gar nicht mehr, wie mir scheint. Der Apostel ist passé. Nee, schade. Dann gehe ich erstmal hier raus. Willst du zurück in die Drogstor mit mir gehen? Okay. Lee? Ja. Du bist nicht schlecht, oder? Ich, äh, warum hast du mich das gefragt? Die Frau sagte, du hast jemanden töten. War das, weil er eine der Dinge, die dich zu essen hat? Nein, er war nicht. Oh, war er schlecht? Er war. Immer die Kleine scheint mir trotz allem zu vertrauen, und das ist auch gut. Und unsere fesche Reporterin tut dies ja auch. So, dann gucken wir mal. Was könnten wir noch reißen? Hmm. Hmm. Wie geht's? Wenn du nicht mindst, ich denke, meine Familie und ich sind ein bisschen zu warten. Ich weiß, ob das Arschlöcher da oben da nimmt ein Turn für die Worte. Du hast es. Hey, da. Das ist Glenn. Und, äh, ich bin in der Jamm hier. Uh, little girl, if you're there, can you put your daddy on the phone? Or on the talkie, or whatever? Glenn? This is Lee. What's up? So, I'm down at that motor inn, and, well, I'm stuck. Stuck? Yeah, I saw a chance to get some supplies for the group, and a bunch of the Roman ones got to jump on me. I'm hiding over here, but they won't leave. What's up? Glenn's trapped down at the motor inn. Hey, Glenn. We're gonna talk it over and send a group to come get you, alright? Awesome. I'll sit tight till then. Sounds good. I'm gonna hold on to this until we get Glenn back, okay? I'll take good care of it. What do you think? I think Doug's not great around zombies, and you got your family here. I'll take Carly and her dead eye down to the motor inn, get Glenn, and get back here as fast as I can. If that's what you want to do, somebody's got to. Yeah, I'm in. Good. Doesn't sound too bad there right now. Let me know, as soon as you want to head out, I could use the jog. Okay, dann haben wir unsere Truppe ja auch schon gefunden. Aber wir haben immer noch nicht das Problem mit dem Dingens gelöst. So, ich gucke mir nochmal die Nummer draußen an. How are we doing? Good. Want to go have a look around outside? Yep. Let's have a look around. Okay. Vielleicht finden wir da draußen die Lösung, wie wir an den Schlüsselrand kommen. Hier vorne ist der Schlüssel. An den Ziegelstein komme ich nicht. Fernsehladen. Warte mal. Da kann ich die Fernbedienung benutzen. Mal gucken, was passiert. Hm. Hm. Think you can do anything with this? You know what I could do? What's that? It's universal. I could program it to work with those TVs across the street. Let's just hope the power is still on. You can just do that? Hm. Well fucking done, Doug. All that dope nonsense might save life. Who's to say it already hasn't. Hm. Fernsehen. Äh. Hm. Hey. Hey, guck mal her. Da kommt Tunnel. Oh, das reicht nicht. Schade. Komm ich jetzt da an. An den Ziegelstein. Ja, ich Held, ne? Ne, ist klar, ne? Ich muss an den Schlüssel kommen, ich muss an den Stein kommen, ich muss hier aufmachen. Ach, doch nicht mit der Fernbedienung, du. Ah, ist doch kein Smartschloss. Ja, ja. Sag mal, mach mal auf. Hey, Mann, was are you doing? We can't even think about going out there, unless the keys are out there, for sure. That guy over there has the keys. How can you be sure? I found this in the office. That boy in the photo worked here. The keys being on him is as good a bed as we can make. Yeah, I agree. Just need to figure out how to get out there and get them. So. You wouldn't need long, right? Nah, just a few seconds. Maybe there's a way to distract them in Bayou some time. Jetzt haben wir auf jeden Fall unseren Grund, dieses Türchen zu öffnen. Nun müssen wir die jetzt irgendwie ablenken und die Fernseher haben nicht gereicht. Und ich habe so einen Plan, was diesen Kieselstein da angeht, äh, diesen Backstein eher gesagt, nicht Kieselstein. Ziegelstein, nicht Backstein. Ziegelstein ist ja genau das gleiche. Und, ähm, aber diesen Plan, denke ich, werden wir in der nächsten Folge in Anspruch nehmen. Und mal schauen, ob wir damit weiterkommen. Ich bin sehr gespannt und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Ich freue mich drauf. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.